Eine Tenor-Ukelele aus Eichen. Eine T-O-A-K. Massive Eichendecke, sehr hübsch übrigens. Einen massiven Eichenrücken, auch sehr hübsch. Sie haben einen massiven Hals, ich weiß nicht, ob man das so sieht, sehr hübsch geregelt in diesem Pfeil. Und ein Griffbrett aus Ancacia, das ist zudem eingefasst mit so einem schwarzen Kram. Ebenholz wird es nicht sein. So, es sind 14 Bünde bis zum Korpus, 18 Bünde insgesamt bestückt mit Aquila. Super Nilegutzeiten. Dann lassen wir das gute Möbelchen doch mal ein bisschen bimmeln. 05-Jb-1 Berlin-K, 19 Bünde 05-Jb-1 Berlin-Kr Musik 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 Ja, und weil ich finde, dass Tenor-Ukulelen in C-Stimmung immer ein bisschen nach Mickey Maus klingen, irgendwie so ein klein wenig gequält, noch einmal dieselbe Ukulele in A-Stimmung. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020